Los geht's! Hastings könnte doch am Leben sein! Wir müssen zu ihm! Scheiße! Unser starker... Flittens Schütze entdeckt! Lade nach! Ziel erledigt! Verdammt! Wir müssen Lord Hastings Kutsche erreichen! Ritter! Löscht jeden Rebellen auf dieser Brücke aus! Flintenschütze entdeckt! Die Schütze entdeckt! Die Schütze entdeckt! Rebellen auf der Leere! Die Schütze entdeckt! Verdub! Wenn Lord Hastings noch lebt, braucht er Hilfe. Lass keins von diesen rebellen Schweinen entkommen. Flinkenschütze entdeckt! Galahad, entdeckung! Galahad, entdeckung! Ich muss nachladen! Aufpassen! Renate! Ich stehe unter der Schoss! Ich lade nach! Rebell erledigt! Ich lade nach! 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 Oh Mist! Granate! Ich lade nach! 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 der brücke gehört wieder und schnell wir müssen wir müssen hastings rausholen ich gebe deckung luke auf mein zeichen sie den haus wenn ich anhebe verstanden bereit jetzt wir haben wir alle mann zurück zum palast wo gehst du hin ich bringe es zu ende jetzt ist nicht die zeit für rache kommt wieder zu dir ständig im auge Verstanden, ma'am. Verfluchter Mist! Verfluchter Scheiße! Verdammt! 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 Mist! Einer der Ritter ist durchgekommen! Aufpassen! In Denkel! Schutzkommando! Sind irgendwelche Sentinels über unserer Position? Sir Lucan! Ihr Sentinels 3! Liegen eine Wegstunde nördlich der Westminster Bridge! Sentinels 3! Sucht Sir Galahad und behaltet ihn ständig im Auge! Verstanden, ma'am! Schreie Aus Schreie Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Einen von denen gibt nicht auf! Verzeihung der Granate! Lord Hastings ist in Sicherheit. Hat jemand Galahad zum Blick? Luftkommando, sind irgendwelche Sentinels über unserer Position? Sir Luke, hier Sentinel 3. Gegen eine Wegstunde dörflich der Westminster Bridge. Sentinel 3, sucht Sir Galahad und behaltet ihn ständig im Auge. Verstanden, man. Verstehen! 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 Hecht! Ich gebe Feuer, Schatz. Wir müssen unserem Schützen helfen. Wir müssen unsere 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 Schützen helfen. Verstanden. Wir müssen unsere Schützen helfen. 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 So eine Scheiße. Ein Ritter kommt leer. Scheiß Ritter. Sir Galahad, wir haben eine Artillerie-Stellung auf einem Wagen östlich Ihres Standortes entdeckt. Wir brauchen eine Schulterkanone. Verstanden. Sir Galahad, Rebellen unterwegs zu Ihrer Position. Lassen Sie kommen. Sentinel-3, behalten Sie ihn im Blick. Aye, ma'am. Oder beípauts euch damit, für mich! Wir können mit zwei Beschränken haben Sie denken, wie können Sie einen Durchblasen führen? Schuss! Schuss! Vorwärts und macht den Ritter kalt! Rebellen! Sir Galahad, wir haben eine Artillerierstellung auf einem Wagen fest, die wir umdrehen können. Wie es aussieht, ist eine Schulterkanone. Verstanden. Der Galahad, Rebellen unterwegs zu ihrer Position. Lasst sie kommen. Fentanyl 3, behalten sie ihn im Blick. Aye, man. Stopp. Waddelte! Ach, scheiße. Ja, abflucht du bald. Ja, abflucht du bald. Ja, abflucht du bald. Wir haben eine Artillerie-Stellung auf einem Wagen östlich Ihren Standortes entdeckt. Wie es aussieht, eine Schulterkanone. Verstanden. Der Galahad, Rebellen unterwegs zu Ihrer Position. Lass sie kommen. Sentinels 3, behalten Sie ihn im Blick. Ja, abflucht du bald. Geht. 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 Wir kommen der Munition! Scheiße! Verdammt! Geh! Scheiße. Sir Galahad, wir haben eine Artillerie-Stellung auf dem Wagen letztlich Ihres Standortes entdeckt. Wie es aussieht, eine Schulterkanone. Verstanden. Tantamik. Sir Galahad, Rebellen unterwischen zu Ihrer Position. Lassen Sie kommen. Sentinel-3, behalten Sie ihn im Blick. Aye, ma'am. Tantamik. 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 Zurück, Metcalf! Zum Teufel! Zum Teufel! Dreckige Rebellen! Sir Galahad, Sie haben eine Artillerie-Stellung auf einem Wagen östlich Ihres Standortes entdeckt. Wie es aussieht, eine Schulterkanone... Verstanden. Sir Galahad, Rebellen unterwegs zu Ihrer Position! Lass sie kommen. Sentinel-3, behalten Sie ihn im Blick! Aye, dann! Also Axel-3, ho Course-In-Sub. Startoning fuhr, dann begin! Oh, das war er! r Jetzt viel Zeit zu werden! Das war's für heute. Scheiße! Die Rebellen ziehen sich zurück. Die Armee ist unterwegs. Sie werden die Bedrohung einsam. Scheiß auf die Armee. Das ist mein Kampf. Die Rebellen ziehen sich zurück. Sie haben unsere Kanone! Der Gellahen, der Sitterkommandant verlangt, dass Sie die Verfolge aufnehmen. Durchsage an alle! Bitte beweisen Sie das Ostende der Westminster Bridge. Wir beobachten dort derzeit schweres Artenneriefeuer. Vorsicht, die verdammte Kanone! Wie gehen Sie? Wunderbar! 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 Was ist die Forderung? Was ist das? Das ist ein direkter Befehl. Gib auf! Galahad, was tust du? Komm wieder zu dir und geh zum Palast zurück. Wo ist die indische Frau? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo? Sag's mir! Sag's mir! Wo ist Sir Galahad? Lady Grey, Sir Galahad ist beim östlichen Ende der Brücke. Bleiben Sie an ihm dran, bis wir bei ihm sind. Whoa, 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 whoa. Nichts. Hey! Hey! Untertitelung. BR 2018 Wirtschaft. Ein Drink. Ein Drink, verdammt nochmal. Absintheit. So fargesen. So fargesen. Ertränken Sie Ihre Sorgen oder Ihr Unwissen, Ritter? Weder noch. Ich habe nur auf Dich gewartet. Und? Ich brauche Antworten. Antworten? Haben Sie deshalb meine Männer getötet? Der Tod folgt Ihnen auf Schritt und Tritt. Wenn Sie mir nicht geben, was ich brauche, sind Sie die Nächste. Sie müssen entschuldigen, wenn mich Ihr Angebot nicht überzeugt. Für Drohungen bin ich taub. Dann nützen Sie mir nichts. Wagen Sie es. So viel Feindseligkeit. Sie sehen aus, als könnten Sie das brauchen, Ritter. Das Schwarzwasser. Aber woher haben Sie... Ist das ein vorläufiger Waffenstillstand? Abnahat darei ne chikaro. Devi? Wenn es Sie beruhigt, lassen Sie die Waffe oben. Aber ich bin die, die Sie suchen. Nicht Sie. Wir haben viel zu besprechen. Gehen wir an einen... ...privateren Ort. Ich bin die, die Sie sind. Sie möchten Ihren Freund Mallory rächen. Sprechen Sie seinen Namen nicht aus. Er wurde verraten. Sie wurden alle verraten. Verraten? Von wem? Den Männern, denen sie dienen. Der Orden der Ritter dient niemandem. Nicht mal der Königin. Ihr seid ein Empire der Speichellecker, die zu den Füßen der Allmächtigen Vereintes Indien-Kompanie kriechen. Hüte deine Zunge, Weib! Ihre ehrenwerte Gesellschaft verbreitet die Plage, die zu bekämpfen Sie geschworen haben. Die Worte einer Fanatikerin! Sie suchen den falschen Gegner. Wir bekämpfen beide das gleiche Übel. Wieso sollte ich einer Rebellin glauben? Einer Mörderin? Wir sind uns ähnlicher, als Sie glauben. Wir haben nichts gemeinsam! Ihr Freund darf nicht umsonst gestorben sein! Genug! Wieso sollte ich Sie nicht töten? Es gibt Schlimmeres als den Todritter. Viel Schlimmeres. Und wenn ich das Ziel Ihrer fehlgeleiteten Suche bin, dann sei es. Mein Tod ist ein würdiges Opfer. Leugnen Sie den Versuch, Lord Hastings zu töten? Er verdient den Tod, ebenso wie jeder seiner Kollaborateure. Und Sie erwarten von uns? Einfach Ihrer Kampagne des Terrors zuzuschauen? Die Dinge sind nicht so, wie sie scheinen. Die Kompanie schützt Ihre Geheimnisse. Selbst vor dem Orden. Welche Geheimnisse. Ich hab keine Zeit für Spielchen. Ich kann nur wenig sagen, um Sie umzustimmen. Aber ich kann Ihnen Dinge zeigen, um Ihnen die nötige Erklärung zu geben. Ihre Antworten liegen auf den Docks der Kompanie in der Blackwall Werft. Beeilen wir uns. Besser, Sie haben Recht. Um Ihretwillen. Die unterirdischen Tunnel führen zur Blackwall Werft. Rechnen Sie mit starkem Widerstand der Wachen des Vereinten Indien. Bevor ich es nicht sage, verletzen wir keine Unschuldigen. Keiner von Ihnen ist unschuldig. Und trotzdem, Sie spielen nach meinen Regeln, wenn ich Ihnen folgen soll. Also gut. Wechseln Sie so schnell die Seiten? Der Orden darf nicht in die Sache hineingezogen werden. Sie spielen, Sie sind nicht pein Traker. Dieser Alright. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das kann nicht sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020